Okay, ich werde meine Karte auf dem Tisch legen. Ich will das nicht machen. Ich will nicht in da gehen. Nein, nicht in da gehen! Sie ist weg! 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 Ich sehe sie nicht. Hier ist sie. Wie ein grosses Stück von Arbeit sie war, ehrlich gesagt. Wie ein properer Manier. Wissen Sie, wer in der Endeffekt hat? Du wirst das nicht glauben. Ein Mensch! Ich weiß, ich weiß. Ich hätte es nicht glauben. Wahrscheinlich hat dieser Mensch gelesen und niemand hat ihn seitens gesehen. Dann gab es einen langen Zeitpunkt, wo absolut nichts passiert. Und dann gibt es uns jetzt. Das ist die ganze Geschichte. Du bist auf der Zeit. Keine Ahnung. Okay, gehen wir durch. Kann ich dich fallen lassen? In's Wasser? Nein, ich kann ihn nicht loslassen. Ja, hier haben wir die Teile reingeschmissen. Das waren Zeiten. Erinnerungen. Ja, mein Roboter. Er ist kaputt. Ich hab mich doch geliebt. Schau! Eigentlich, schau mal an. Das ist ziemlich alt. Das ist ziemlich eine Distanz, nicht wahr? Okay, weißt du was? Geh an und schau. Du hast, 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 du hast. Kinderen, du hast, du hast keine Bräsen auf deinen Armen, also attraktiv Auf der alten menschlichen Kraft zu steigen, um eine Grip auf dem System zu halten und von der Ertung auf mich zu halten. Also, bitte, bitte, dass du eine Grip auf mich zu halten. Also ein... Aaaaaaahhhhhh! Oh, noch erledigt! Noch erledigt! Das ist ein großartiger Job! Du hast die Grip, wir sind alles gut. Das ist großartig. Hm, jetzt habe ich verpasst, was er noch weiter gesagt hätte. Egal. Aaaaahhhh! Sorry, ich habe nur nach unten gelegt. Ich habe es nicht gefehlt. Ahhhh! Ich habe es einfach gemacht. Fischen Roboter. Das ist der Hauptverlustruf. Los geht's in! Schau mal für ein Switch, das sagt Escape Pod. Okay? Nicht etwas anderes. 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 Nicht etwas anderes, um den Escape Pod zu finden. Aber, als du etwas schaust, es sagt nicht Escape Pod. Schau mal an etwas anderes. Schau mal an die nächste Sache. Aber nicht etwas anderes oder schau mal an etwas anderes. Schau mal an andere Sachen. Aber nicht. Du verstehst. Kannst du es irgendwo sehen? Ich kann es nicht irgendwo sehen. Äh... Und dann muss ich mir in, und habe die Licht gesakat. Das ist Herrgarten. Das ist Herrgarten. Als es Herrgarten. Sieht, Herrgarten. Ja! Aber wohl gut. Als es geht, weil er jetzt einfach nicht mehrissoffert war. Jetzt ist es. Ergarten zuい. Das ist die Zeit. Okay, okay! Nein, nicht Angst! Ich habe es! Ich habe es! Ich habe es! Das sollte es zu dauern. Nein, es macht es schneller. Du Idiot! WTF? Sieht nicht gut aus. Okay, 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 listen. Alright, new plan. Agnatur! Agnatur! You done nothing! Hello! Oh, it's you. You know her? It's been a long time. How have you been? I've been really busy being dead. You know, after you murdered me. You did what? Oh no! No, 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 no! Oh no, 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 no! Okay, look. We both said a lot of things that you're going to regret. But I think we can put our differences behind us. For silence. You monster. I will say though, that since you went to all the trouble of waking me up, you must really, really love to test. I love it too. There's just one small thing we need to take care of first. Okay. So. Wir werden anscheinend wieder getestet. Und mein Lieblingsroboter ist wieder da. Gut, dass ich da dran vorbeisegele. Das könnte echt wehtun. Das könnte auch nicht tun. Und das wäre ein ganz schön stück rhythmsukommen. Und das wäre ein ganz schönes Stück wieder hochzukommen. Und das wäre ein ganz schönes Stück wieder hochzukommen. Okay, das würde ich schon gern finden. Oh. Das Spiel hackt irgendwie. Gut, du hast ein Dual-Portal-Device. Es sollte einen Weg zurück in die Testungsgebieter vorhanden sein. Als Testungsgebiet beginnt, bin ich mit Protokollem gebraucht, um die Interaktion mit dir zu einem Minimum zu halten. Glücklich haben wir noch nicht zu Testungsgebieter angefangen. Das wird unsere einzige Chance, zu sprechen. Ich habe dich doch eigentlich echt lieb. Ich wollte dir nicht wehtun. Ich wollte nur den Kuchen. Hier, lass mich das für dich holen. Du wirst die größte Lachen, die ich gelernt habe, was du getan hast. Ich habe herausgefunden, dass ich eine Art schlafen Schlafen habe. Im Moment einer katastrophischen Verlust, die letzten zwei Minuten meiner Leben gebraucht wurden für Analyse. Ich konnte, äh, wirklich, zu retten, dich zu töten, mich wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Du wirst, wenn du das gemacht hast, dann könnte sie ihre Existenz aufzunehmen. Revenge? Glücklich, ich bin eine größere Person als das. Ich bin froh, dass das alles hinter uns und wieder zurückgekommen ist. Nach dem Fall, wir haben viel zu tun, und nur 60 Jahre mehr zu tun. Mehr oder weniger. Ich habe nicht die Tafel-Tabler in fronte von mir. Ich, ich habe dir doch gesagt, es ging mir um den Kuchen. Ich wollte dir nichts Böses. Okay, da hinten kann ich auch ran. Alles kein Problem. Hey, immer mit der Ruhe, Mädchen. Ich werde das einfach aus dem Weg gehen, für dich. Das Ort wirklich ist ein Wreck. Aber das wichtigste Sache ist, dass du wieder mit mir bist. Und jetzt bin ich mit deinen kleinen Tricks. Also, es gibt nichts, was uns zu retten, für den Rest des Lebens. Nachdem, wer weiß, ich könnte ein Hobby nehmen. Reanimieren die Todes, vielleicht. Ich bin froh, dass du mich verletzt, wenn du mich verletzt hast. By the way, thanks for that. Sarcasm Soft-Test complete. Oh Gott, that's back online. I'll start getting everything else working while you perform this first simple test, which involves deadly lasers and how test subjects react when locked in a room with deadly lasers. Okay, cool, machen wir. Also hier passen die Sachen. Irgendwie... Okay. Da machen wir ein Portal hin. Und... Da machen wir ein Portal hin. Wow, ich lag richtig. Okay. Jetzt hab ich nur das Problem, wenn ich das wieder weg mach, dann ist sie da am Arsch. Ansonsten ist es recht gut, aber... ich konnte da halt trotz allem nicht rüber. Oder kann ich da rüber jumpen? Ups. Über das geht. Da muss das Portal jetzt noch mal kurz weg machen. So. Auf die Plattform. Und dann wieder hinmachen. Easy. Nicht schlecht. Ich wusste, wie gut du da bist. Du solltest dir selbst aufpassen. Ich weiß nicht, wir haben viel zu tun. Wir haben viel zu tun. Okay. Gut. Gehen wir auf zum nächsten Test. Ich hab kein Problem damit. Wirf mir alle entgegen. Wie in guten alten Zeiten. Ich hab dich doch gern. Diesen nächsten Test betrifft Entschuldigung-Redirection-Cubes. Ich habe sie gerade abgebildet, bevor du dein ... äh ... Episode. Also jetzt werden wir beide sehen, wie sie funktionieren. Es sollte einer in den Körner sein. Auf eurem Mikrofon und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis bald. Wisst ihr, ich weiß, ich rede in diesem Let's Play zu wenig. Genauso wie bei Portal 1. Aber ihr müsst mir verzeihen. Ich, ähm ... will hier einfach nichts verpassen. Und außerdem dürft ihr nicht vergessen. Wie gesagt, ich bin krank. Ich kann gerade nicht so gut sprechen. Und mich interessiert einfach der Text. Von daher jedes Mal, wenn Text aufkommt, oder ich glaube, dass Text aufkommen könnte, will ich leise sein, weil ich es mitkriegen will. Ich will da ja nicht reinlabern. Test Nummer 2. Okay. Schauen wir mal, was das ist. Jo, ich weiß, dass ich mit Space springen kann. Zack. Und wir sind drüber. Sehr schön. Und da müssen wir auch den direkt reinleiten, was nicht geht. Okay. Da ist so ein Würfel. Komm ich da hin? Anscheinend gerade irgendwie nicht. Kein geeignetes Ding. Ich find's schade, dass man hier an so wenig Stellen überhaupt Portale machen kann. Was ist das für ein Teil? Da kann ich auch keins machen. Da kann ich eins machen. Aber hier halt nicht. Da brauche ich vermutlich den Würfel. Dann zur Würfel komme ich. So. Okay, das ist der Würfel. Der Entmutigungswürfel. Was passiert, wenn ich den Würfel in den Laserstrahl reinhalte? Ah, ich kann ihn umlenken. Das ist cool irgendwie. Jo, der Würfel hat sich ganz nützlich erwiesen. Aber, oh oh, ich brauche ihn. Ich habe auch eine ungefähre Ahnung, wie ich das mache. Ich muss ja nur den Laserstrahl so lange hindenken. Moment. Ich lenke den Laserstrahl folgendermaßen um. Uh, nicht treffen, gell? So, ich lenke ihn da hin. Mach da ein Portal. Hohoho. Mach er. Da ein Portal. Und... Ich brauche immer noch den Würfel. Aber, jetzt habe ich die Lösung, oder? Da kann ich jetzt hinmachen. Da kann ich jetzt hinmachen. Hi Würfeli. Well done. Hier kommen die Testresults. Du bist eine schreckliche Person. Das ist was es sagt.